Der Winterlustag wiederkommt! Beschmierte Wände, heruntergerissene Lampen, Kabel, die von der Decke hängen, obstöne Sticker, verwüstete Tribünen und WC-Anlagen. So hinterließen am Sonntag Fans das Donauparkstadion des Bundesliga-Aufsteigers FC Blau-Weiß-Linz nach dem Derby. Beim LASK gegen Blau-Weiß-Linz am Sonntag bekam es eine Mitarbeiterin im Gästesektor allmählich mit der Angst zu tun. Neben massiven Verwüstungen der LASK-Fans wurde Mara S., die als Catering-Mitarbeiterin hinter dem Tresen stand, auch noch von Ultras in schwarzen Kapuzen mit schwarzem Mundschutz bedroht. Die Männer sagten, wir seien Gesindel, weil wir für Blau-Weiß arbeiten und waren komplett aggressiv und bedrohlich mit ihrem vermummten Erscheinungsbild. Aus Angst vor den fanatischen Anhängern des LASK habe man nur noch das Notwendigste gesagt. Richtig aggressiv wurden sie, als sie den Stromausfall auslösten und dadurch gleichzeitig die Sicherheitsrollos bei den Buffets herunterfielen, schildert die Mitarbeiterin. Danach randalierten die Fans offensichtlich weiter in den WC-Anlagen. Von der Decke heruntergerissene Kabel sind der Beweis heruntergelassener Lampen. Die Wände sind von oben bis unten beschmiert, Sticker mit Parolen an die Türen und Wände geklebt. Auch der Boden war komplett verdreckt.